Flüchtlinge brauchen Betreuung, nicht Verwahrung. Sie brauchen Hilfe. Das ist Gewaltprävention. Weil die Täter traumatisiert sind, weil sie desintegriert sind, weil sie labil sind, weil sie keinen Halt haben. Sie fliehen vor Verhältnissen, in denen massenhafter Tod normal ist. Sie aufzunehmen ist ein Akt der Humanität. Sie gut zu betreuen ist ein Akt der Vernunft.